Da kommt mir meine niederlandse Sprachske und zu den Neen. Das ist niederlandse wäre ich so richtig. Kölsch-Holländisch, da kann er richtig klicken. Das ist mein totaler Weakspot. Wenn Joko Holländisch redest. Wenn du Joko Holländisch redest, ist ich finde wenig witziger als das. Da habe ich ihn manches Mal schon mit rumgekommen nachts. Wenn er gesagt hat, nee, ich gehe nach Hause, habe ich gesagt, eine Kopie Koffie noch bei mir in die Köke.